WhatsApp. Ein Ad-Experte zeigt, wie leicht es mit WhatsApp ist, andere Nutzer zu überwachen. Das klappt offenbar auch, ohne mit ihnen in direktem Kontakt zu stehen. Das Problem ist der Online-Status, über diesen lassen sich sich andere Nutzer ausspionieren. Der Ad-Experte zeigt, wie leicht WhatsApp-Nutzer damit überwacht werden können. Er zeigt an, ob ein Nutzer für eine Kontaktaufnahme verfügbar ist und die mangelnden Privatsphäre-Einstellungen bei WhatsApp. Diese lassen sich dazu missbrauchen, Nutzer auszuforschen. Dazu nutzen mit Experten eine Erweiterung für Chrome, mit der Informationen aus der Web-Version des Messners abgefragt werden. Dadurch lässt sich ein aussagekräftiges Aktivitätsprotokoll erstellen, berichtet Webstandard. Damit lässt sich erkennen, wann die überwachte Person aufsteht oder schlafen geht, ob er letzte Nacht geschlafen hat oder nicht. Mit der Erweiterung lässt sich auch auslesen, ob die Nutzer zweier Telefonnummern regelmäßig miteinander kommunizieren. In den Datenschutzeinstellungen von WhatsApp lässt sich regeln, wer den Online-Status sehen kann. Auch die verräterische zuletzt Online-Anzeige lässt sich hier beschränken. Das Hakensymbol bei WhatsApp wird für den Benutzer womöglich bald nicht mehr verfügbar sein. Nachdem das Verbot zunächst bei Windows Phone beobachtet wurde, gilt es nun auch für Android-Beta. Grund dafür soll die Etablierung des neuen Business-Modells sein. Kunden sollen künftig auch direkt über WhatsApp mit Unternehmen kommunizieren können. Damit der Nutzer erkennen kann, ob es sich um eine originale Firma handelt, soll, ähnlich wie bei Facebook, Instagram oder Twitter, ein Verifizierung-Schicken eingeführt werden. Er dient sozusagen als Ausweis. Incident von Webett Info zufolge soll mit der Einführung des Hakens auch das normale Haken-Emoji verschwinden. Grund dafür ist eine mögliche Verwechslungsgefahr. Rechnungen, E-Mails, Hotlines, die Kommunikationswege von Unternehmen und Verbrauchern werden bald um WhatsApp erweitert. Das bestätigte der WhatsApp-Unternehmensblog Anfang September. In den kommenden Monaten wird die neue Funktion getestet und danach verfügbar sein. Kleine Unternehmen können für ihre Kommunikation eine kostenlose Business-App verwenden. Für größere Unternehmen wird es eine Schnittstelle geben. Für den Verbraucher werden die offiziellen Kontakte dann mit einem grünen Siegel gekennzeichnet. Die Unternehmen möchten aber bestimmen, unter welchem Namen sie im Adressbuch des Nutzes abgelegt sind. WhatsApp fordert zwar schon bei der Installation die Zugriffsrechte des Nutzers, um Namen ändern zu können. Doch Namensänderungen der Unternehmen im Adressbuch der Nutzer könnte die Kritik der Anwendern auf sich ziehen. Würden sie als Multimilliardär noch täglich ins Büro eilen? Brian Acton hat das bisher getan. Mit dem Verkauf des weltweit erfolgreichen Messen es wurde er reich, nun quittiert er den Dienst, um sich einer Stiftung zu widmen. Einer der beiden WhatsApp-Mitgründer, Brian Acton, verlässt den Kurzmitteilungsdienst. Er wolle eine Stiftung an der Schnittstelle zwischen Wohltätigkeit, Technologie und Kommunikation ins Leben rufen, erklärte Acton in seinem Facebook-Profil in der Nacht zum Mittwoch. Acton und Firmenchef Jen Come hatten WhatsApp vor rund acht Jahren gegründet. Acton wurde Technologie-Chef. Die Übernahme von WhatsApp im Jahr 2014 für rund 22 Milliarden Dollar machte beide zu Multimilliardären. Kriminelle verschicken seit Mitte September gefälschte E-Mails mit dem Hinweis, dass das WhatsApp-Konto des Empfängers abgelaufen sei und dieses sofort erneuert werden müsse. Der Nutzer soll einen Link anklicken und wird dann auf eine Webseite geleitet, auf der er dazu auffordert wird, Kreditekartendaten einzugeben. Diese Masche ist alt und bekannt, über ein ähnliche berichtete bereits mimikammer.at. Die Kriminellen wollen damit Konsolidaten ausspielen. Empfänger sollten die E-Mail löschen. Noch hat kaum ein Android-Smartphone das Update auf Version 8, Oreo, erhalten, doch es gibt einige neue Funktionen, die durchaus interessant sind. WhatsApp nutzt nun die neuen Möglichkeiten und bietet Oreo-Nutzen ab der Version 2.17.323 die Bild-in-Bild-Funktion im Messengen. Klickt man während eines aktiven Videocards auf den Zurück-Button wird das verkleinerte Bild weiter angezeigt. Das ist praktisch, um sich mit jemandem im Videomodus zu unterhalten und gemeinsam über Dokumente oder Apps zu sprechen. Apple-Nutzer konnten die Funktion vorher schon verwenden. Fingerweg von vermeintlichen Gutscheinaktionen bei WhatsApp Die Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen warnt vor einem aktuell kursierenden Kettenbrief. Er stellt 250 Euro Guthaben für den Einkauf bei der Supermarktkette Rewe in Aussicht. Andere Nachrichten dieser Art versprechen Guthaben bei Bekleidungsgeschäften oder Online-Händlern. Wer den enthaltenen Links anklickt, landet aber nicht bei einem Gewinnspiel, sondern auf einer Datensammel-Webseite von Beträgern. Was mit den eingegebenen Daten passiert, ist unklar. Einen Gutschein gibt es jedenfalls nicht. Die Verbraucherschützer raten, solche und ähnliche Nachrichten zu ignorieren, und sie sofort zu löschen. Anfang Juni berichteten wir darüber, dass Apple-Kunden ihre Bilder in WhatsApp mit neuen Fotofiltern aufbippen können. Nun haben Android-Nutzer lang genug gewartet und erhalten wohl in Kürze die gleiche Funktion. Der WhatsApp-Missinger erlaubt schon eine ganze Weile die direkte Aufnahme von Bildern, um diese dann mit der App an Freunde zu verschicken. Bisher musste man dabei allerdings auf jegliche Nachbearbeitung verzichten oder halt doch wieder eine andere App zwischendurch bemühen. Mit den neuen Filtern, Beta-Versien von 2.17.297, lassen sich zumindest so dementier die Farben ändern, siehe Bild. Unter dem Begriff Micropayment wird schon länger an Möglichkeiten getüftelt, einfach und bargeldlos Kleinstbeträge zu bezahlen. Bisherige Versuche einen Standard zu etablieren sind gescheitert. Genau das könnte WhatsApp nun gelingen. Erneut macht die Insider-Plattform Webeteen vor mit Spekulation über neue WhatsApp-Funktionen von sich reden, in einer neuen Beta-Version des Messners steckt offensichtlich ein erster Ansatz für eine Bezahlfunktion. Diese könnte bei Online-Buchungen, aber auch in Geschäften für Kleinbeträge zum Einsatz kommen. Natürlich müsste dafür nicht nur die Überweisung von Beträgen von einem zum anderen Konto, sondern auch viele Fragen zur Sicherheit und zum Datenschutz geklärt werden. Sollte das Unternehmen diese Funktion für die ungeheure Anzahl von einer Milliarde WhatsApp-Nutzer freischalten, könnte das Projekt tatsächlich zum Erfolg werden. Bisher konnten Nutzer von WhatsApp in ihrem Namen ein Emoji mit einem Haken verwenden. Das ist in Zukunft nicht mehr möglich, was die Insider von Webeteen vor zur Annahme bringt, dass mit diesem Zeichen demnächst verifizierte Firmenkunden gekennzeichnet werden. Die Spekulation, der Messinger könnte so umgebaut werden, dass er zur direkten Kommunikation zwischen Firmen und Kunden dienen kann. Firmen müssten für diesen Service dann bezahlen und WhatsApp würde endlich Geld verdienen. Eine Authentifizierung von Firma und Kunde wäre dann erforderlich und würde durch das Haken Emoji ausgedrückt. Die Unterstützung wurde zum 1. Juli 2017 für diese älteren Geräte eingestellt. Das bedeutet, die Messinger-App kann nicht mehr neu auf diesen Smartphones installiert werden. Sollte die App auf diesen Geräten bereits vorhandene sein, gibt es keine Sicherheits-Updates und keine neue Funktionen mehr. Ein Urteil, das bereits im Mai gefällt wurde, bedeutet für Nutzer des beliebten Messen des WhatsApp ein großes Risiko. Grund ist eine besondere Funktion. Wer WhatsApp nutzt, verstößt streng genommen gegen geltendes Recht. Das Problem besteht im stetigen Abgleich vom Daten aus dem Adressbuch durch WhatsApp. Wer diese Funktion ohne Erlaubnis seiner Kontakte nutzt, begeht einen Rechtsverstoß. Laut der Entscheidung des Gerichtes besteht die Gefahr, von den betroffenen Personen kostenpflichtig abgemahnt zu werden. Die Frage ist, ob wirklich im Alltag Abmahnungen drohen. Fachleute schätzen ein, dass es eher nicht dazu kommen wird. Zur Entscheidung des AG Barters fällt zur WhatsApp-Nutzung und der riesigen Abmahnwelle, die nun auf uns alle zurauscht. Mit WhatsApp lassen sich jetzt alle möglichen Dateien als Anhang versenden. Der Dienst wird damit ausgeweitet auf PDFs, SIP-Archive oder Installationsdateien. Zuerst hatte WhatsApp das MS ersetzt und jetzt macht es sich damit daran, E-Mails überflüssig zu machen. Die Routine für das Senden der Anhänger ist unverändert geblieben. In einem geöffneten Card dit man einfach auf Anhang-Dokument. Bei Android-Geräten funktioniert das Versenden beliebiger Anhänger ab Version 2.17.254, bei iPhones muss mindestens die Version 2.17.40 installiert sein. Selbst große Dateien wie Videos und Fotos sollen sich so unkomprimiert, also in guter Qualität, übertragen lassen. Allerdings setzte die Facebook-Tochter die Grenze der zu versendeten Dateien für iPhone-Nutzer auf 128 MB fest. Android-Smartphone-Besitzer müssen sich mit 100 MB begnügen. Raute WhatsApp-Rolling-Out-Support-i-File-Typ-St.co-Web-Link-Big.Fitter.com-Web-Link Die aktuelle Beta-Version von WhatsApp kündigt eine Galerie für die Schnellsuche von Medien an. Über einen versteckten Button lassen sich alle in einem Card oder Gruppencard verschickten Medien übersichtlich und nach Datum sortiert darstellen. So gelangen sie noch schneller zu inhalten in umfangreichen Cards. WhatsApp hat in der Version 2.17.233 für Android ein neues Feature eingeführt. Klicken sie auf den Namen in der Card-Übersicht und dort dann oben rechts auf das Menü mit den drei Punkten auf Medien. Daraufhin zeigt WhatsApp eine Scrollbar-Galerie mit allen Medien aus dem betroffenen Card. Nun müssen sie nicht mehr ewig nach dem Einkaufszettel suchen, denn sie letzten Monat geschickt bekommen haben oder finden auf Anhieb das Urlaubsvideo. Da WhatsApp die Funktion ohne Ankündigung bereits auf Android-Smartphones verteilt hat, ist unklar, wann die Medienübersicht für Cards auch auf Aus verfügbar sein wird. Laut der Webseite allestörungen.de hat der Nachrichtendienst seit etwa 19 Jahren massive Probleme. Die Störungen treten hauptsächlich in Europa und Lateinamerika auf. Seit etwa 20 Jahren geht die Zahl der Störungsmeldungen zurück. Die Ursache ist unbekannt. 68% der Nutzer melden Probleme beim Nachrichtensenden oder Empfangen, 24% haben Probleme beim Einloggen und 6% mit der Web-Version von WhatsApp. Besonders betroffen sind offenbar Nutzer in Großbritannien und den Niederlanden. Ein Schwerpunkt scheinen Großstädte wie